Schau, komm mal. Pepo, hierher. Sofort, Capitano. Sofort, Chef. Da wären wir. Milord und Milady sind im Zimmer nebenan. Wie erscheint sind sie nur wach und das Mädchen ist bei ihnen. Gute Nacht, Milord. Gute Nacht, Milady. Wünsche wohl zu ruhen. Das ist Céline. Versteckt euch hier in dieser Kammer. Gott sei Dank. Endlich komme ich auch zum Schlafen. Oje, das ist Célines Schlafzimmer. Das kann ja gut werden. Was machen wir nun? Wir müssen warten, bis sie eingeschlafen ist. Nun kann Vater nichts mehr gegen Lorenzo haben. Er ist ja jetzt reich. Tausend Taler haben wir schon. Und dann bekommen wir noch die Belohnung von der Regierung. Das gehört eigentlich auch zur Masse. Hört's Maul. Verzeihung. Pepo, schau, die Kleine geht zu Bett.